Herzlich Willkommen hier in den Green Berlin Ex-Stasi-Studios. Herzlich Willkommen in unserem wilden Flur. Diese Studios gibt es sehr 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 lange, dementsprechend sieht das hier aus. Hier war früher die Stasi-Zentrale, der Geheimdienst der ehemaligen DDR und hier kommt hier in meinen Raum das Ex-Stasi-Studio. Mein Name ist Ben DMA und das hier ist mein ganzer Stolz aka Mein Raumschiff. Hier wurden Alben gemacht von Zugezogen Maskulin, Yessin Audio 88. Wir haben hier für Masi produziert, Materia, Kasper, Harris. Chefket teilt sich diesen Raum mit mir, hat hier seine Alben aufgenommen. Wir haben Sido hier drin gehabt. Wir haben mit allen möglichen Künstlern hier drin gearbeitet, die es so in der Deutschland der Popszene eigentlich gibt. In diesen bescheidenen Räumen auch tolle Sängerinnen wie Larry zum Beispiel. Wie gesagt, ihr seht, Masi war hier. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was was ist. Das was ist was meines Studios. Und da fangen wir am besten auf der Raumschiff-Seite an, die bunte Seite. Hier gibt es einen wunderschönen MOOC-Nachbau von Beringer, der Poly-D. Preis-Leistungs-Hammer. Wunderschön. Analog, nicht ganz polyphon, aber wunderschön. Dazu gibt es quasi hier das analoge Pendant mit einer ganz anderen Bedienungsstruktur von Novation. Circuit Mono Station. Ganz verrücktes Teil. Wunderschön bunt, macht sehr viel Spaß. Muss man sich nur extrem reinfuchsen, weil es ein ganz anderes Bedienungskonzept ist, als das klassisches Synthesizer-Konzept, wie man das eventuell so kennt. Direkt hier drunter seht ihr ein Seaboard von Roli, was lange nicht benutzt wurde, aber jetzt durch ein neues Ableton-Update mit MPE wieder Sinn bekommt. Dort kann man nicht einfach nur Klavier spielen, sondern man spielt 3D. Das bedeutet, man kann einen Chord spielen und dann moduliert man es nach oben hoch. Und man kann auch leicht zittern und verschiedene Modulationsmöglichkeiten damit einstellen, ob das jetzt hier den Sound wilder macht. Hier wechselt so ein bisschen die Tonart und man kann hier auch noch rumgleiten. Dann kommen wir zu meinen Lieblingen. Das Chaos Duo. Einmal das Chaos Pad Quad, was ich von meinem Freund Hausmeister damals geschenkt bekommen habe. Es ist ein tolles Effektgerät, wo man vier Kerne gleichzeitig, beziehungsweise vier Effekte gleichzeitig anschalten kann. Macht live sehr viel Spaß. Und das Ganze wird dann über ein XY-Pad gesteuert, das man dann hier modulieren kann. Und das hier ist nicht nur ein Chaos Pad, sondern das ist der Chaos Gelator. Das bedeutet, das ist ein Synthesizer, wo man hier vorher eine Skala einstellen kann, eine Tonart, ein Tempo. Und dann fängt hier der Grundton an und streckt sich hier die ganze Oktave oder zwei Oktaven hoch und moduliert dann da drüber. Was sehr, sehr schön ist, habe ich sehr oft live benutzt als DJ bei Chefcat zum Beispiel. Macht unglaublich viel Spaß. Benutze aber auch fast bei jedem zweiten Song, weil man ganz tolle Risers, Hits und Crashs alles machen kann. Dann kommen wir zur Maschine Plus von Native Instruments. Relativ neu, voll beladen, aber noch nicht so viel benutzt, weil ihr gleich sehen werdet, ich habe auch noch ein paar andere Pad-Maschinen. Dann ist die Weiterentwicklung der Maschine jetzt auch komplett stand-alone. Das heißt, man muss nicht zwingend mit einem Laptop da dran sitzen, sondern man kann sie einfach so benutzen. Dann fliegen wir weiter durchs Weltall und kommen zum Jupiter. Hier ist der Jupiter XM, auch eine nagelneue Kiste von Roland. Die hat lustigerweise Boxen eingebaut, hat auch einen möglichen Batteriebetrieb und hier wurden einfach der ehemalige, es gab ja schon früher ein Jupiter, genauso der Juno, JX, SH, XV und die RD-Maschinen alle drin eingespeist. Das heißt, wenn man sich sowas hier kauft, hat man so die ganze Geschichte von Roland in einer Kiste drin. Macht sehr viel Spaß. Dann geht es weiter zum Analog-Keys. Hier kann ich immer noch sehr empfehlen, auch Hartplastik-Schutzsohlen drauf, gerade für Raucherstudios wie bei uns, damit das alles nicht so hart verstaubt. Das ist auch ein analoger Synthesizer, der den Vorteil hat, dass du mit einem USB-Kabel ohne Soundkarte alles in deine DAW reinbekommst. Hat unglaublich verrückte Möglichkeiten. Unendlich viele Möglichkeiten, weil immer weiter neue Sets dafür rauskommen. Ich habe ihn noch nicht zu 100% verstanden, aber wenn du ihn 50% verstehst, hast du schon ganz viel Spaß damit. Tolle Kiste. Dann von Ableton die Push. Wie man sieht, hart stranguliert, weil ich mit der ganz oft auf Tour war. Ich habe sie das erste Mal eingesetzt, als ich DJ bei Haftbuffet war. Dann hat man hier sich die ganzen Sounds draufgelegt. Dann waren hier Großkalibergewehre, Pistolen, Autos und so weiter. Aber des Weiteren habe ich sie auch bei Chefcat auf der Bühne benutzt. Für mich einer der besten Controller, der für eine DAW gemacht wurde. Liegt auch nahe, weil es von der Firma selbst gemacht wurde. Dadurch ist das sehr, sehr logisch aufgebaut von den Tasten. Macht sehr viel Spaß. Dann haben wir hier, viele kennen ihn schon, das ist der Mikrokork. Bei mir gibt es etwas Spezielles und das ist die MK Rearranged Version. Da gibt es einen verrückten Typen in Berlin. Es wurde nämlich hier immer nach Genres früher aufgeteilt. Hip-Hop, Elektro, irgendwas. Der hat das ganze Ding aufgebohrt, neue Sounds draufgelegt. Dazu gibt es einen passenden Sticker. Und dann hat man logisch nach Bass, Bass 2, Instrumente, Leads, Arps, seine Sounds da liegen. Und bringt die Kiste wieder zu einem neuen Leben. Weil die hat man auf 3000 verschiedenen Hits. Im Jahr 2021 braucht man eine 808. Obwohl es natürlich Samples gibt. Aber das ist das, was früher die MPC im Hip-Hop-Studio war. Ist jetzt die 808. Die, wie ihr seht, ist gar nicht angeschlossen, weil wir heutzutage alle mit 808 Samples leben. Das Ganze könnt ihr dann hier sehen. Ist mit einem Behringer X32 verbunden. Hier laufen alle Synthesizer rein. Da kann man dann sagen, der eine Synthesizer rauscht. Man kann sich alles vom Gaining schon mal schön einstellen. Mit einem USB-Kabel hat man 32 Kanäle wie eine Soundkarte reingebaut. Und unten drunter seht ihr einen MIDI-Router. Mit dem ich alle Sachen miteinander, untereinander spielen kann. Das macht dann sehr, sehr, sehr viel Spaß. Dann kommen wir zu meinem momentanen Lieblingsspielzeug. Das hier ist die neue Arkay MPC Live 2. Vorteil, wie ihr sehen könnt, hier ist kein Kabel dran. Aber sie hat Akku. Sie hat eingebaute Lautsprecher. Sie macht unglaublich viel Spaß. Das neue Update ist der Wahnsinn gewesen. Für mich die beste MPC aller Zeiten. Damit haben wir so die meisten Spielzeuge, was Klangerzeugung angeht, abgehakt. Und man kann jetzt hier schon sehen, das hier ist das Herzstück, das Baby. Das hier ist eine Studder 169 Konsole. Ein Schweizer Hersteller. Sie ist alt. Sie wurde gerecapt von dem sehr verehrten Herr Franz Hahn in Berlin. Ein Spezialist für Studder, EMT und Siemens Sachen. Die klingt unglaublich gut. Die rauscht auch ein bisschen. Aber das macht einen ganz großen Charme aus. Hier legen wir unsere Signale dann drauf. Hier liegen dann meistens Drums. Bass, Instrumente, Stimme und die Effekte. Und schon hat man alles ganz schön elegant mit analogen EQs abgehakt. Und kriegt diesen analogen Charme, der einfach einen Schleier vom Digitalen wegnimmt, was man da so hat. Sollte man mal ausprobieren, einen guten analogen EQ zu benutzen. Das ist einfach etwas anderes als in der digitalen Welt. Dann kommen wir zu meinem Herzstück des Studios. Es fängt an beim Strom natürlich. Hier oben von NoSonic. Ich habe gehört, der wird gar nicht mehr richtig hergestellt. Hier wird drauf aufgepasst, dass meine Geräte nicht kaputt gehen, weil wir hier in der Stasi schlechten Strom haben. Wie ihr seht, springt die Voltanzeige auch gerne mal ein bisschen rum. Da drunter ist das RME Mardi Face XT. RME, beste Firma, was Treiber angeht. Da drunter ist die Antelope Orion, die dann per Mardi da drin angeschlossen ist. Und hier ganz, ganz neu, das Eleganteste und Schönste im Rack, das Pro Tools Carbon. Unfassbar schlaue, innovative neue Soundkarte von Avid. Früher brauchte man immer noch eine DSP-Karte, die Plugins beziehungsweise das Programm berechnet hat, wenn du ein großes Pro Tools wolltest. Das ist jetzt alles in einem Gerät zusammengefasst mit unglaublich vielen Anschlüssen. Für mich momentan der Endgegner zu dem geläufigsten Interface, was alle haben, mit auch DSP. Hier kannst du auch deinen Autotune in Echtzeit aufnehmen, latenzfrei. Nur, dass du einfach hier die besten Wandler drin hast von DAD. Unglaubliches Teil, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Dann wird es hier ganz verrückt. Von 51 Audio, einem sehr, sehr tollen Berliner AP500-Mikrofonspezialist. Das hier ist unser Masi Moto Mic Preamp. Mit der speziellen Beschriftung leiser, lauter, Phase gedreht, high und low. Aber ganz wichtig, die Phantomspeisung. Alle Augen leuchten. Grün. Lieb ich. Sehr, sehr warm. Sehr, sehr schön. Daneben der Tonelux. Das ist unser Arbeiter. Der hat hier den berühmten Tilt EQ, den man vielleicht als Plug-in kennt. Der hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Im Gegensatz zu dem Vintage Masi sieht man hier auch, ich kann vorne was reinstecken. Ich kann ihn als DI benutzen. Ich kann ein Pad benutzen. Und wie gesagt, kann ich mit dem Tilt EQ hier oben schon ganz leicht den Sound auch in die richtige Richtung bringen. Dann geht es hier weiter zu SPL. Gibt es teils auch als Plug-in hier jetzt mal in echt. Das ist der Full Ranger EQ. Ein grafischer EQ, wo man sagt, hier ziehe ich mir mal meine Frequenzen raus oder nicht. Immer sehr schön, um mal gegenzuhören. Man hat feste Frequenzen. Wird bei uns benutzt, um unsere Reverbs etc. von Schmutz zu befreien. Also gerade die Effekte. Direkt daneben, das ist der Dynamax-Kompressor. Legendärer Kompressor von SPL. Der unglaublich simpel zu bedienen ist, weil du drückst nur Kompression. Du hast hier dein Gain. Kannst aber auch dekomprimieren, falls etwas zu viel komprimiert wurde. Du hast einen Limiter. Ich kann die beiden verlinken als Stereo. Und mit dem kann ich 20 dB Gain Reduction machen, ohne dass es pumpt. Was ich total sexy finde. Dann kommen wir nach Berlin. Zur Tegeler Audio Manufaktur. Das ist der Creme RC. Das ist ein Kompressor und EQ. Stereo Channel. Pull-Tech Style. Weil die RC-Version bedeutet, dass das alles mit einem Plug-in fernsteuerbar ist. Was wunderschön ist, weil ich schreibe mir ungerne auf, was ich mir irgendwann mal eingestellt habe. Sondern das wird im Computer mit einem Plug-in einfach ferngesteuert und kann dann immer aufgerufen werden. Und diese Putis drehen sich dann alle, was unglaublich sexy ist. Dann kommen wir zu meinem geliebten AP500-Rack, meinem zweiten. Hier kann man noch sehen, hier stecken überall USB-Kabel drin. Denn das hier sind die Firmen, die auch alles über Recoil machen. Das hier ist der Betamaker C502V-Kompressor. Der hat drei verschiedene Kompressor-Modis. Was sehr sexy ist. Der kann Mitte Seite. Ich kann 999 Presets hier drin speichern. Und per USB das Ganze in meiner DAW einfach fernsteuern. Daneben kommt das seltenste, was glaube ich die wenigsten kennen. Das ist ein Equalizer ohne Knöpfe. Das heißt, ich kann das Ganze einfach auch nur mit einem Plug-in steuern. Anders geht es gar nicht. Wie man hier sieht, ist das USB-Kabel drin. Beide Geräte gibt es leider gar nicht mehr auf dem Markt und sind relativ schwer zu bekommen. Weil ähnliche Produkte dieser Firma mittlerweile das Doppelte kosten. Wenn ihr sowas seht, kauft es euch. Dann kommen wir zum VES Audio-Kompressor. Der ist SSL-mäßig. Eine feine Kiste. Liegt bei uns meistens auf den Drums. Hat tolle Transienten. Ist unglaublich schnell. Genauso fernsteuerbar. Hat hier die A-B-Tasten. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Settings, die ich immer mal wieder vergleichen kann. Und hier in der Aufnahme öfters benutzt der Pensados Place BAC 500. Das ist ein 1176. Ich habe nichts Wärmeres. Wenn ich dadurch was durchjage, wird es unglaublich warm. Benutzen wir gerne bei Stimme in der Kombination mit meinem allerersten Mic-Preamp. Wo man hier sehen kann, dass der Schwarz an der Seite mal angesprayt wurde. Weil mein Vater mal ein Rack angesprayt hat und hat einfach das Gerät drin gelassen. Ist von dem geliebten Herrn Rupert Neve entworfen. Der die besten Mikrofonverstärker der Welt gebaut hat. Und klingt unglaublich. Und hat jetzt hier im Vergleich, was wir noch nicht gesehen haben, einen voll parametrischen EQ. Das bedeutet, dass ich wirklich von der Steilheit, den Q-Faktor, den Gain sowie die Frequenz alles auswählen kann. Und hat hier, wie das der Herr Nief so gerne macht, noch zwei Spezialschalter. Nämlich einmal Sheen, um oben rum noch ein paar Obertöne glänzen zu lassen. Und hier unten Glow. Macht unglaublich viel Spaß. Was man jetzt hier noch sehen kann, was es hier auf dem Tisch noch alles gibt. Hier steht noch eine Apollo Twin. Das ist für andere Produzenten, die hier arbeiten wollen, damit die nicht an meinen Rechner gehen müssen. Läuft dann über meinen wunderschönen SPL-2-Control Monitor Controller. Mittlerweile auch gar nicht mehr wegzudenken, ist ein Elgato Steam Deck. Was einem das Leben erleichtern kann, weil man sich verschiedene Presets bzw. Befehle auf ein Kommando legen kann. Das hier ist der von Ollo Audio, auch nicht so die bekannteste Firma. Unser Mix-Control Kopfhörer. Kopfhörer sind eine ganz interessante Sache. Ich sammle sie. Ich liebe sie über alles. Wie man dann auch hier sehen kann, gibt es von Audio Technica unseren Abhör Special Edition in lila. Da wir hier alles immer nur sehr speziell haben, kann ich auch direkt unserem To-Go-Mikrofon. Hinter euch seht ihr das MBHO-Lollipop-Mikrofon, was auf einem alten C12 basiert, nur als Fettschaltung. So, und damit habe ich euch hardwareseitig eigentlich gezeigt, was meine Knöpfe sind. Und ich glaube, dann zeige ich euch jetzt mal, was so in meinem Computer drin steckt. Jetzt gehen wir mal auf die Softwareseite. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.